Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Draw. Heute mal eine ganz kurze Mini-Folge, das ist eher so ein Lückenfüller Let's Draw. Ich mal da so eine Konzeptskizze zu Watch Dogs, wenn man es so nennen will. Also einfach mal so für zwischendurch, weil ich eben gerade so ein bisschen das Problem habe, dass mir so ein bisschen die Ideen ausgehen für die Let's Draws. Also was ich malen könnte. Ich habe ja schon ein paar Let's Player gemalt, die ich auch, ich male ja eigentlich auch nur Let's Player, die ich persönlich auch mag und nicht irgendwen. Aber vielleicht könnt ihr mir da einfach in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Also ich meine die Let's Draws, da werde ich so Sachen malen wie bekannte Let's Player oder auch zu Games Bildern. Also das ist eben, damit es auch zum Let's Play Kanal passt, solltet ihr Let's Draws auch was mit Gaming und Let's Plays zu tun haben. Also falls ihr da irgendwelche Ideen habt, falls ihr Wünsche habt, was ich malen könnte und so weiter und so fort, dann würde ich das natürlich super gerne machen. Ja und da brauche ich eben einfach euch. Deswegen habe ich jetzt eben dieses hier Mini-Let's Draw gemacht. Dauert glaube ich auch nur, ich weiß nicht, drei Minuten oder so. Weniger? Ich weiß es gar nicht. Ja, weil mir wirklich schlicht und ergreifend so ein bisschen die Ideen fehlen. Also wirklich nett von euch, wenn ihr da ganz viel Zeug in die Kommentare schreiben würdet, damit hier wieder richtig geile Sachen entstehen. Das hier ist halt wirklich nur, ich habe da mit Aquarellpinseln und schwarzer Farbe so den Typen von Watch Dogs eben hingemalt und dann im Hintergrund so ein bisschen die Stadt. Chicago ist das ja, ne? Ich glaube schon. Ähm, und dazu würde es übrigens kein Let's Play geben, zumindest nicht am Release oder so oder in absehbarer Zeit, weil, äh, ich weiß nicht, das Spiel, keine Ahnung, kostet ja alles Geld, ey. Ich kann mir ja nicht alles kaufen. Und da habe ich jetzt nicht so großes Interesse daran, aber ich dachte mir, ein Let's Draw kann man da mal machen. Sieht ja irgendwie ein bisschen, die Farben sind ja ein bisschen komisch aus. Da habe ich den Weißabgleich von der Kamera falsch gewählt. Das sieht eigentlich ein bisschen geiler aus, aber naja. Ist halt nur so eine Konzeptskizze. Also, äh, ja. Das, äh, da habe ich ja dann noch ein bisschen blau, ist die einzige Farbe hier. Äh, das sind so Sachen, die kann man wirklich in kürzester Zeit malen und sind immer ganz witzig. Also, sowas male ich manchmal ganz gerne. Wie gesagt, wenn mir nichts einfällt, mal, dann mache ich sowas ganz gerne. Ist auch wirklich recht simpel und so. Sowas würde ich gerne am PC malen können, da bin ich zu schlecht für. Naja, so, da ist das Bild. Hier so richtig schwarz habe ich das hier gemacht, ja, keine Ahnung. Und, ähm, das war es einfach auch schon. Äh, ja, also schreibt mir ganz viel in die Kommentare, damit es wieder ein richtig geiles Let's Draw gibt. Hier sind noch so ein paar Videos, die könnt ihr euch anschauen. Links, Daisy, in der Mitte, äh, ein anderes Let's Draw, Let's Draw Basics. Also, bis dahin und ciao.